Die Zoller Folientastatur mit den Funktionen zum Öffnen und Schließen der Schutzhaube Twin Panel, zum Ein- und Ausschalten des Lasers, eine Reset-Funktion, eine Stopp-Funktion, Aktivierung der Messabläufe und die Funktion zum Werkzeug Spannen und Lösen. Auf dieser modernen Folientastatur sind damit alle wichtigen Bedienelemente ergonomisch angeordnet, sie ist resistent gegen Schmutz und Öl, damit langlebig und überzeugt durch eine angenehme Haptik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017